Die unglaubliche Geschichte einer Rettung und Wiedervereinigung. Es war ein gewöhnlicher Tag für diese Herde wilder Pferde, die frei in der malerischen Landschaft lebten. Eine Stute passte sorgfältig auf ihr Fohlen auf, während sie gemeinsam grasten. Doch an diesem Tag sollte etwas Schreckliches passieren. Plötzlich tauchten Kojoten auf und das Fohlen geriet in Gefahr. Das junge Pferd versuchte zu fliehen, aber es wurde von der Herde getrennt. Die Mutterstute konnte nur verzweifelt nach ihrem Baby rufen. Das Fohlen kämpfte alleine in der Wildnis ums Überleben. Und dann geschah etwas Ungewöhnliches. Ein einsames Auto näherte sich auf der Autobahn. Der Fahrer, ein Tierliebhaber, entschied sich anzuhalten und zu helfen. Der Mann näherte sich vorsichtig dem ängstlichen Fohlen. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Die Mutterstute und die Herde kamen herbei, um ihr Baby zu retten. Der Mann kämpfte darum, das Fohlen über eine Leitplanke zu heben. Und dann kam es zu einer herzlichen Wiedervereinigung. Der Mann musste Abschied von der Herde nehmen. Der Mann kehrte immer wieder zurück, um die Herde im Auge zu behalten. Das Fohlen wuchs zu einer prächtigen Stute heran. Und schließlich kam der Tag des Abschieds. Der Mann verabschiedete sich, wissend, dass die Pferde in Freiheit leben sollten. Die Geschichte zeigt die unzerstörbare Bindung zwischen Mutter und Kind. Es ist eine Erinnerung daran, wie die Pflege von Tieren unser Leben bereichern kann. Teilen Sie Ihre eigenen Geschichten über Tierrettung und Fürsorge in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere fesselnde Geschichten aus der Tierwelt zu entdecken. Bis zum nächsten Mal! Bleibt gespannt auf mehr! Schau dir gerne auch diese zwei unglaublichen Geschichten an. Sie werden dich schockieren! Schau dir gerne auch diese zwei unglaublichen Geschichten an.